Wir sehen uns heute mal verschiedene Tools aus dem Internet an, mit denen man die eigene Webseite auf verschiedene Parameter überprüfen kann. Ja, wie schnell ist die Webseite zum Beispiel, wie gut ist sie für Suchmaschinen optimiert oder wie gut funktioniert sie auf mobilen Endgeräten. Das sind so Sachen, die man mit diesen Online-Checks sozusagen abfragen kann. Ich denke, man sollte das auch als Webmaster gelegentlich mal machen, weil die gefühlte Performance immer anders ist, wie die tatsächliche Performance. Ich mache das eigentlich in regelmäßigen Abständen, muss zugeben, ich habe das jetzt aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Warum, weiß ich gar nicht. Ich habe es irgendwie vergessen. Und heute bin ich auf die Idee gekommen und da stelle ich euch direkt mal ein paar Tools vor, die ich spontan mit Bing oder mit Google auf deren ersten Seite jeweils gefunden habe. Ich habe da noch einige andere ausprobiert, die waren dann aber alle mit Anmeldungen etc. Das wollte ich vermeiden und jetzt habe ich hier einfach mal sechs Checks rausgesucht. Die gucken wir uns jetzt mal an. Es geht um diese Webseite hier. Das ist meine Webseite, wer die nicht kennt. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Google mal eine Anfrage gestellt. Dieses Produkt hier heißt Page Speed Insights von Google. Ihr seht hier oben auch die Adresse und da gebe ich einfach die URL meiner Webseite ein und dann bekomme ich hier ein Ergebnis. In verschiedenen Bereichen ist das Ganze unterteilt. Wir haben den Bereich Leistung, Barrierefreiheit, Best Practices und Suchmaschinenfreundlichkeit. Und beginnend, jetzt gehen wir in die Details, ist hier die Kategorie Leistung aufgeführt. Hier sieht man halt, wie lange das Ganze braucht und wie gut diese Werte sind. Wir sehen hier, die Leistung ist sehr schlecht auf mobilen Endgeräten. Wir gucken uns das später noch auf dem Computer an und dann haben wir hier verschiedene Vorschauen, Strukturkarten, was weiß ich, verschiedene Daten, wie das Ganze hier getestet wurde. Und wir haben dann irgendwann auch die Diagnose und wir haben eine Menge Vorschläge, was wir unternehmen können, um die Webseite tatsächlich schneller zu machen. Wenn ich mir das hier genauer ansehe, dann merke ich, dass ich zum Beispiel hier im Bereich Drittanbieter-Code relativ lange Ladezeiten habe. Und das liegt an diesem Twitch-Plugin, was ich zuletzt hier geprüft habe, getestet habe. Und das ist das, was ich als allererstes Mal in Angriff nehmen würde, das zu verbessern sozusagen. Und ihr seht, ihr habt hier wirklich unendlich viele Optimierungsmöglichkeiten, die euch vorgeschlagen werden. Das ist wahrscheinlich das beste Tool hier in dem Bereich, vermute ich einfach mal. Wir sehen hier, wie viel wir einsparen können durch die jeweilige Optimierung, Ladeverzögerung, was man da machen kann. Ich glaube, es liegt eben hauptsächlich an den Bildern, die ich in meinen Blog eingebunden habe. Ja, hier gibt es eine Menge im Bereich Geschwindigkeit. Dann gibt es hier den Bereich Barrierefreiheit. Da werden Kontrastverhältnisse von Hintergrund- und Vordergrundfarben und solche Sachen abgefragt. Da bin ich ziemlich gut aufgestellt. Also was ich wirklich machen muss, ist die Geschwindigkeit der Webseite verbessern. Und dann gibt es hier noch Best Practices. Hier werden zum Beispiel alte APIs verwendet. Also in diesem Twitch-Plugin vermute ich. So, dann gibt es Drittanbieter-Cookies. Das hat alles mit diesem blöden Twitch-Plugin zu tun. Und wenn ich das nicht getestet hätte, jetzt eben, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Dann gibt es hier noch den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Da ist Google überraschenderweise sehr zufrieden. Es werden grundlegende Tipps für die Suchmaschinenoptimierung berücksichtigt. So, wir könnten uns das jetzt noch im Bereich Computer ansehen. Da sieht es nämlich ganz anders aus im Bereich Leistung zum Beispiel. Ich habe das Twitch-Plugin jetzt inzwischen aber schon ausgebaut. Deswegen stellen wir die Suchanfrage hier einfach nochmal neu. Wir analysieren die Webseite nochmal neu und wollen mal sehen, ob sich durch das Abschalten des Twitch-Plugins irgendwas geändert hat. Dadurch hat sich die Leistung massiv verbessert, wie ihr hier seht. Das ist super. Das war schon mal die allerwichtigste Optimierung, glaube ich. Und auf dem Desktop sieht es jetzt nochmal deutlich besser aus. Also das ist hier ein sehr umfangreiches Tool, wo ihr euch sehr lange mit eurer Webseite und mit verschiedenen Aspekten davon beschäftigen könnt. Ja, und die anderen Anbieter, die bieten wahrscheinlich sowas ähnliches an. Den SEO-Checker gucken wir uns gleich an. Ich versuche jetzt eher mal direkt ein Speed-Tool zu vergleichen. Speed-Check. Und das dürfte sich jetzt auch schon wieder verändert haben, weil alle Anfragen hier quasi noch auf dem Status beruhen, wo das Twitch-Plugin noch eingeschalten war. Und da muss ich Google loben. Also man sieht sofort, was den größten Verbrauch angeht oder so und kann das dann entsprechend sofort optimieren. Download-Speed, Total-Time, Connect-Time. Ihr seht, hier werden völlig andere Dinge angezeigt. Und besonders gut scheint die Webseite an der Stelle jetzt auch nicht bewertet zu werden. Anders also wie diese Webseite jetzt. Das ist komisch, dass die Ergebnisse so auseinander gehen. Ich mache mal noch einen allgemeinen Webseiten-Check. Mal gucken, was da rauskommt. Wenn wir schon auf dieser Webseite sind. Pergamon Interactive, Total-Score. Also hier sehen wir auch nochmal Geschwindigkeit und so weiter. Aufgeschlüsselt, Download-Speed relativ schlecht. Insgesamt wird mir hier, weiß ich nicht, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. Ich habe aber nur zwei Sterne erreicht. Die Seite ist verbesserungsfähig. Es gibt ein Ranking im Vergleich zu 30.663 bisher überprüften Seiten. Also so schlecht ist es auch wieder nicht. Gutes Mittelfeld. So und dann gibt es hier die Checkliste. Ah, hier wird uns vorgeschlagen, was wir tun können. Wobei uns das eben alles ganz anders aufbereitet wird, wie bei Google. So, hier können wir noch in die Details gehen. Im Bereich Meta-Elemente, Struktur, Technik, Konfiguration, Markup, Recht, Suchvorschau. Also so ganz übel finde ich das hier auch nicht. Wobei ich glaube, dass das Page Speed Insights Tool besser ist. Das war der SEO-Check. Den nehmen wir uns noch ein bisschen auf. Das hier ist tendenziell auch eher so ein allgemeiner Check und kein Speed-Check. SEO-Analyse, Website, Speed-Check. Das testen wir jetzt noch auf uptrends.de. Das Ergebnis liegt schon vor. Bildschirmgröße können wir hier einstellen. Bandbreitendrosselung, Google Page Speed Bewertung, Ladezeit. Also hier wird es nochmal wieder anders angezeigt, das Ganze. Hier sind Vorschläge, was wir machen könnten. Hier sind verschiedene Testergebnisse, vermute ich. Das hier ist auch noch das alte Ergebnis. Ich würde gerne mal noch was anderes testen. Seite neu laden. Dann HD, das passt schon. Hier können wir verschiedene Kabel- oder Glasfasertests durchführen. Ich bleibe mal bei Native Speed. Ich würde nochmal den Edge anklicken, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das einen großen Unterschied macht. Wir testen mal von woanders her. Los geht's. So, das dauert wieder ein Weilchen. Die Webseite wird hier nach und nach erst aufgebaut. Das Ganze müsste sich jetzt stark verbessert haben, weil wir jetzt auch hier eben wieder das Plugin ausgeschalten haben. Das ist die Webseite UpTrends. Das Ganze müsste dann natürlich auch für mobile Geräte funktionieren. Mobile. Hier können wir Gerätetypen einstellen. Zum Beispiel das Google Pixel 7. Native Speed Test starten von London aus. Bitte warte, während wir die Ergebnisse erhalten. Hier sehen wir jetzt also, die Page Speed Bewertung ist auf dem mobilen Gerät bei weitem nicht so gut. Das unterscheidet sich dann aber wahrscheinlich auch wieder von Gerät zu Gerät. Also, das hier ist auch im Prinzip ein Speed Test, genau wie die anderen zwei vorher. Und alle bereiten sozusagen die Daten anders auf. Am sinnvollsten finde ich hier, glaube ich, definitiv noch Page Speed von Google. Dann kommen wir jetzt mal zu den allgemeinen Checks. Analysieren Sie Ihre gesamte Webseite. In dem Fall ist das sitewert.de. Gleicher Content. Das ist schlecht für die Suchmaschinenoptimierung. Gleicher Titel und so weiter. Fehlende Seitentitel. Möglichkeiten, um Suchmaschinen relevante Inhalte unterzubringen. HTML-Probleme. Das Ganze wird hier aufgeschlüsselt. Und wenn ein grünes Häkchen da ist, scheint das in Ordnung zu sein. Und wenn ein rotes Warnschild da ist, dann scheint das überarbeitet werden zu müssen. Ja, ist auch eher rudimentär hier alles. Einzelseiten sind gesperrt. Dafür braucht man jetzt wieder einen Account. Den möchte ich mir an der Stelle nicht erstellen. Also interessanter kurzer Einblick hier. Aber ich glaube, ich mache die Webseite direkt wieder zu. So, und dann haben wir noch SEO-Checks. Das ist natürlich auch wichtig. Suchmaschinenoptimierung. Das wird bei den anderen Tools vielleicht teilweise auch an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Aber hier geht es wirklich jetzt nur um die Suchmaschinenoptimierung. Hier wird die Seite bewertet nach Meta-Angaben, Seitenqualität, Struktur, Verlinkung, Server und externe Faktoren. Hier ist der Gesamtscore. Das ist die To-Do-Liste. Das sind Dinge, die ich in Angriff nehmen sollte. Und hier sind Meta-Angaben im HTML. Also hier sind quasi genauere Details zu finden. Seitenqualität, Tippfehler entdeckt. Schön, dass das dem Test auffällt. Respekt. Füllwörter. Sehr interessant. Also der gesamte Text wird offensichtlich analysiert. Kein Frameset vorhanden. 15 JavaScript-Dateien, die die Ladezeit negativ beeinträchtigen. Bilder, Optimierung, soziale Vernetzung, zusätzliches Markup, HTTPS, Seitenstruktur. Links auf der Seite. Server-Konfiguration. Zu all dem bekommen wir ausführliche Informationen. Insofern finde ich dieses Tool, glaube ich, auch relativ stark. free-tools.seability.net Und zu guter Letzt sehen wir uns noch den Seitenreport an. 7 Fehler, 2 Warnungen, 15 Punkte, die in Ordnung sind. Die SEO-Analyse für meine Webseite. Spaghetti-Code zum Beispiel. Auch interessant, dass das Tool das findet sozusagen. Und dass es das auch hoffentlich richtig einordnet von der Priorität her. RSS-Feeds. Ja, hier noch Details. Auch hier teilweise nur für Premium-Mitglieder verfügbar. Da muss man sich dann leider anmelden. Aber ich finde das hier auch halbwegs interessant. Auch ohne die gesperrten Daten, sozusagen Keywords. Und vieles mehr Headlines. Auch hier könnt ihr ordentlich runterscrollen. Mobile Geräte, Sicherheit, Zukunftsfähigkeit. Auch das ist ein sehr umfangreiches Tool. Seitenreport.de Es sind zwar einige Inhalte gesperrt, aber ich finde es trotzdem relativ interessant. Also Fazit ist, alle Webseiten, die ich vorgestellt habe, verarbeiten die Daten anders, stellen die Daten anders dar. Ich würde mich jetzt nach diesem kurzen Test hier tatsächlich für diese Seite bezüglich Suchmaschinenoptimierung entscheiden. Und ich würde mich für Page Speed Insights von Google für die Geschwindigkeitsanalyse entscheiden. So, ich hoffe, das fand jemand interessant. Ich habe keine Ahnung, haben die Menschen überhaupt noch eigene Webseiten? Ich habe noch eine. Ich kann mir vorstellen, dass viele gar keine eigenen Webseiten mehr haben, sondern nur noch irgendwelche Unternehmensprofile bei Google pflegen oder bei Facebook irgendwelche Seiten. Twitter-Account und so weiter und so fort. Hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar. Das würde mich interessieren. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Schönen Abend und Tschüss. Schönen Abend und Tschüss.